Justetius von Antiochia war ein antiker Bischof. Zunächst Bischof von Berui, wurde Justetius Mitte der 320er Jahre zum Patriarchen von Antiochien gewählt. Er kämpfte verbissen gegen die Arianer, denen es schließlich gelang, ihn absetzen und verbannen zu lassen. Leben Justetius stammte aus Zeit im kleinasiatischen Pamphylien. Er wurde zunächst Bischof von Berui in Syrien. In dieser Zeit lernte er Alexander kennen, den einflussreichen Bischof von Alexandria, der zu dieser Zeit in einen Streit mit dem Presbyter Arius geriet. Alexander verfasste ein Rundschreiben gegen die Lehre des Arius, zu dessen Empfängern auch Justetius gehörte. Schon jetzt war er also als Gegner des Arianismus etabliert. Als Phileginie starb der Patriarch von Antiochia, wurde Justetius auf einer Synode, die unter der Leitung des anti-arianischen Bischofs Osseus von Cordoba stand Anfang 325 zu seinem Nachfolger gewählt. In diesem Zusammenhang befreundete er sich mit Osseus. Auf dem ersten Konzil von Niki 325, das den arianischen Streit schlichten sollte, trat er als einflussreicher Patriarch entschieden gegen den Arianismus ein. Seine Partei konnte schließlich ein Bekenntnis durchsetzen, das die Wesensgleichheit Gottes mit seinem Sohn Jesus Christus feststellte und damit den arianischen Vorstellungen einer Wesensehnlichkeit widersprach. Auch nach dem Sieg setzte er sich gegen den Arianismus ein, so verwehrte er verschiedentlich Arianern die Aufnahme in den Klerus. Von dieser Maßnahme waren auch etwa die späteren Bischöfe Justetius von Sebaste, Stephanos von Antiochia, Leoncius von Antiochia, Georgius von Laodicaia, Theodosius von Tripolis und Oldoxius von Germanitia betroffen. Noch unbeliebter machte sich Justetius aber im arianischen Lager, als er dem einflussreichen Bischof Heusebius von Caesarea Abweichungen vom Nikaenum vorwarf, dass dieser ebenfalls unterschrieben hatte. 326 wurde der Nicht-Arianer Osius von Cordoba, bis dahin Hofbischof Konstantins des Großen, entlassen. In der Folge übernahmen arianische Bischöfe, vor allem Eusebius von Nicomedia, die kirchenpolitische Macht am Hof. Der neu erstärkte Arianismus setzte sich nun gegen seine Feinde zur Wehr. Auf einer Synode, die zwischen 327 und 330-331 in Antiochia stattfand, warf ihm Kyros, sein Nachfolger, auf dem Bischofsstuhl von Berui, Sabellianismus vor, woraufhin er abgesetzt wurde. Eine andere Variante der Absetzung überliefert der Kirchenhistoriker Theodoret. Eusebius von Nicomedia habe mit einigen anderen arianischen Bischöfen eine Prostituierte bestochen, die daraufhin aussagte, ein Kind von Justetius empfangen zu haben. Diese Erzählung scheint jedoch spätere Erfindung zu sein. In der Stadt kam es daraufhin zu heftigen Unruhen, so dass der Kaiser in den Streit eingreifen musste. Er verhörte Justetius, dem nun noch zusätzlich vorgeworfen wurde, Helena beschimpft zu haben, die Mutter Konstantins. Der Kaiser bestätigte den Beschluss der Synode, den Patriarchen abzusetzen, und verbannte ihn und viele seiner Gefolgsleute nach Trajanopolis in Thrakien. In Antiochia bildeten die verbliebenen Anhänger des Justetius eine eigene Gemeinde und es kam zu einem Schisma. Justetius selbst scheint in der Verbannung noch länger gelebt zu haben, da er eine Schrift gegen Photinus von Sirmium verfasste. Das genaue Todesdatum ist jedoch unsicher. 482 wurden seine Gebeine als Reliquien nach Antiochia überführt. Justetius galt schon früh als einer der wichtigsten orthodoxen Kirchenlehrer. Der Kirchenvater Hieronymus rühmt ihn nicht nur für seine exzellente Bibelkenntnis, sondern auch für seine Vertrautheit mit den weltlichen Schriften der Philosophen. Athanasius der Große, mit dem er gemeinsam gegen die Arianer gestritten hatte, nannte ihn schon zu Lebzeiten den Großen. Einfluss übte er etwa auf Theodoret und Justratius Gelasius von Rom und Fekendus von Hermiane aus, die seine Schriften studierten. Das einzige vollständig erhaltene Werk des Justetius ist die theologische Abhandlung Hier kritisiert er die allegorische Methode des Origines bei der Bibelexegese am Beispiel von dessen Interpretation der Geschichte um die Hexe von Endor. Er schrieb außerdem eine Abhandlung der Anima und ein in acht Bücher ein geteiltes Werk gegen die Arianer. Diese und seine übrigen Schriften sind jedoch nur fragmentarisch erhalten. Die erhaltenen Fragmente seiner Schriften lassen, was seine dogmatisch-theologische Position angeht, viele Fragen offen. Klar ist, dass er strikt anti-arianisch dachte und in Bezug auf den Logos von einer wahren göttlichen Zeugung sprach. Wobei er anders als die Arianer zwischen gezeugt und erschaffen, klar Unterschied. Sein Festtag ist der 21. Februar Ausgaben De Enga Stremetho Contra Originum Herausgegeben von A. Jan. Leipzig 1886 12 12 13 14 15 15 17 18 18 20 20 21 22 22 21